Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Amiga PSX. Ich habe sie alle gespielt. Naja, fast alle. Von was redet der Typ? Ich rede von Rollenspiele. Herzlich Willkommen. Eine Runde gespielt. Kingdom. Neues Land. Ich werde dieses Spiel blind spielen. Also ich habe das vorher nicht ausprobiert. Ich hoffe, dass das gut geht. Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich weiß auch gar nicht viel über dieses Spiel. Ich lasse mich einfach überraschen. Eine einsame Königin trägt die Krone in ein neues Land. Ja, jetzt kann ich ein bisschen reiten. Können wir wieder zurück reiten. Sehr schön. Aha, was mit dem Hirsch? Der haut ab. Und jetzt? Was war das? Ein Erdbeben? Ein Geist. Kann ich. Komm her. Natürlich komm ich her. Moment. Kann ich springen? Nein, kann ich nicht. Das ist Geld. Das ist Kohle. Das ist der nächste Hase. Was ist das? Gedrückt halt, um das Feuer zu entfachen. Mach ich das doch mal. Aha, Münzen werfen, um sie zu rekrutieren. Das ist jetzt meine Leute, oder was? Gedrückt halt, um einen Bogen zu kaufen. Mach ich das mal. Hm. Ach, die schießen die Hasen tot. Gedrückt halt, um einen Hammer zu kaufen. Wann habe ich denn die Kohle? So, und wer nimmt den Hammer auf? Hm, er kommt. Er kommt. Und da schlägt die Häschen, oder was? Gedrückt halt, um eine Mauer zu bauen. Eine Palisade, okay. Galopp. Schön. Sehr schön. Wie weit muss ich reiten? Nur ist die Frage jetzt. War schon sehr interessant bisher. Das ist meine Palisade, meine Typen. Wo muss ich jetzt hin? Eine weitere Person rekrutieren. Das mache ich doch mal. Einen weiteren Bogenschützen besorgen. Oh, das kann ich ohne Ende machen. Ich habe ja kein Geld mehr. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er angelaufen. Und der geht nach links und er schießt die Häschen, oder was? Aha, da habe ich einen Hammer. Sehr gut. Oh, die haben gejagt. Sehr schön. Aber das heißt, ich könnte einen Mann mit einem Hammer nochmal bauen. Da muss ich aber jemanden nochmal rekrutieren. Jetzt schaue ich mal eben einmal, ob ich die Musik etwas leiser machen kann. So, das ist gut. Das ist gut. Weiter geht's. Oh, ich muss zur Kirche, oder was? Okay, achso, er baut jetzt. Ach, da haben wir mal. Oh, da kommt jemand. Da kommt ein Händler. Mit einem Maultier. Was macht er? Das gucke ich mir mal an das Spielchen. Noch eine Mauer hin. Ach, ja, keine drei. Ich habe wohl drei. So, was macht er? Ne, speichern will ich jetzt. Ich weiß nicht, wofür das ist. Da ist noch ein Hammer. Aha. Könnte ich noch einen rekrutieren. Das ist meine Fahne, oder was? Oh, nee. Noch so eine kleine Palisade. Ach, die kann ich alle zu mir nehmen. Das ist gut. Achso, ich habe kein Geld mehr. So. Sehr schön. Achso, ich muss einen Bogen bauen. Ich möchte ein paar... Ach, die kann ich ausbauen. Jetzt verstehe ich das. Je teurer das wird, desto größer werden die dann. Aha. 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 Ja gut, viel Kohle habe ich nicht. Ich könnte ja mal nach rechts reiten, ne? Und er hat auch kein Geld. Und kriege ich auch nichts. Auch nichts. Ja, guck mal, was hier ist. Was ist für eine Baumhütte? Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Hier kann ich aber nichts machen. Hier kann ich nochmal anheuern. Gut. So mache ich hier nochmal einen Bogen. Einen Bogen gekauft. Und der Hammer ist jetzt... Ja... Oh, da kommen Monster. Oh, ho, ho, ho. Los, bohrt das Ding fertig. Nachts kommen die Monster. So ist das. Oh je. Los, platt machen. Sehr schön. Ah, der Tag ist vorbei. Tag drei, glaube ich, heißt das. Jetzt verstehe ich das. Oh, was ist der Händler? Oh, der hat mir Kohle gebracht. Sehr schön. Ah. Das ist gut. Kann ich ausbauen? Und das mache ich auch. Und das mache ich hier auch. Sehr schön. Ich will ja noch einen kleinen Bogenschützen machen. Was für ein alter Mann. Jawohl, einen Bogenschützen. Ich gucke mir das mal an. Ich kann jetzt aber nicht sehen, wie viel wie viel ich insgesamt habe, ne? Nee. Nee. Ach so, die, die, die nehmen sich den, okay. Hat sich jetzt den Bogen genommen. Da habe ich zwei Soldaten. Sehr schön. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe aber auch nicht mehr viel Geld. So. Den Bogen habe ich noch. Wo kommen die Monster? Ich habe keine Ahnung, wo die Monster herkommen. Ja gut, kein Geld. Aber was ist das? Okay, interessant. Da kannst du nicht losmarschieren. Ach so. Oder ich muss das vielleicht bezahlen und dann geht der wieder los. Vermute ich jetzt mal, dass das... Oh, mal schauen, ob die Monster jetzt hier kommen. Interessant. Da sagt mir gar nichts. Das war die Kiste. Oh. Sehr schön. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber... Das Pferd ist platt. Na schön. Oh. Versuchen, das Reh zu killen. Sehr schön. Und der hat sich jetzt einen Bogen. Ich will doch noch einer. Hm. Kommt der Nächste. Sehr gut. Ah, hier. Jetzt geht er wieder zurück. Alles klar. Oh, ein höheres... Alles klar. Das ist... Hm. Das ist immer ein Upgrade. Das ist immer ein Upgrade. Ach, das ist eine Erweiterung meines Lagers. Oh je. Oh je. Das ist immer ein ist. Ich glaube, das ist nicht einmal ein WiebZch. Ich glaube, das ist eine Erweiterung. Ich glaube, es ist toll. Also, ich glaube, es ist ein WiebZch. Okay, gut, mein Lager ist ja hier gut gesichert. Kommt auch wieder was auf mich zu, aber was das hier bedeutet? Das kann ich noch nicht sagen. Oh, das ist die Kiste weg, die Kiste ist weg, jetzt gehts weiter, oh, 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 was ist hier? Ja, das kann nicht mehr laufen, das ist platt. Hier ist noch eine Kiste. Kann ich auch, ja, der läuft sich aber jetzt ein Wolf, war nach Hause, Mama, mir, oh Gott, was das? Was ist das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, was das ist. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ach, da kommt er, den habe ich ja angeheuert. Das weiß ich nicht. Hm. Okay. Das hole ich mir erstmal nochmal an. Sind da jetzt zwei Bögen oder ist da jetzt ein Bogen? Ich weiß das gar nicht. Der gibt mir auch Geld. Das ist gut. Ah, das ist eine Erweiterung meines Lagers. Sehr schön. Das könnte ich ja nochmal ausbauen, so viel Geld habe ich ja. Sehr gut. Oh, das ist der erste Bauer glaube ich. Das wird der erste Bauer sein. Ach, das ist die Bude wo der Händler hinreitet. Alles klar. Vermute ich jetzt mal. So, hier geht es ja noch ein bisschen weiter. Dann kommt ja noch die zweite. Die zweite Hütte da, wo ich Leute noch anheuern kann. Das ist ja hier. Ach, da habe ich wohl keine Kohle mehr. Hm, was das ist weiß ich jetzt nicht. Das habe ich einmal bezahlt. Ich habe keine Ahnung. Einmal bezahlt und dann fast leider weg. Muss ich jetzt den ersten Bauern bekommen. Das Pferd kann ich mehr. fünfter tag noch mehr tage schon jetzt nicht so jetzt hat es wieder power jetzt hat es wieder power das pferdchen so ja da möchte ich geld haben sehr gut es ist ein landknecht glaube ich das ist ein landknecht ok wieder zurück schon mal genug geld da könnte ich ausbauen kostet eine menge nee das ist kein landknecht das ist ein bauer hier lassen feld da wirtschaftet der wo da wo das spaten ist der spaten griff das heißt ich könnte jetzt auch noch mal einbauen da ist nämlich auch ein spaten griff leute kommt vorbei arbeitet für mich seid nicht faul also einmal haben mich jetzt monster angegriffen die habe ich ja gesehen wenn das pferdchen steigt dann kann es nicht mehr laufen okay das nicht mehr schnaub dann kann ich wieder loslegen so so über einige soldaten hier ich habe kein geld den kann ich wieder los tigern aber geht der mond unter es geht der mond unter diesen 44 soldaten 5 soldaten sind das ist jetzt tag sieben alles klar tags sieben meine güte aber ich brauche geld dass ich den händler wieder los schicke das ist wichtig den händler muss sich los schicken ja den habe ich jetzt hier rekrutiert und trotzdem hab da nichts jetzt irgendwas ich machen kann aber ich den zweiten sind man ok der geld da nichts für mich der tag ist ja auch schnell um ihren kommen geht zurück dass ich hier ich brauche wild ush ush Ah irgendwie brauche ich jetzt geld also angreifen kann ich hier gar nicht ich kann nichts machen ich kann hier nur rumreiten ich dachte nicht dass ich ein schwert schwert benutzen könnte nein geht alles nicht geht alles nicht das gucken wir mal noch mal fächern ist fertig ja jungs ich kann euch nicht anheuern ich habe keine kohle hier kann ich auch nichts machen ja und da kommt ja eigentlich auch der steg das zu ende schon wieder der mond aufgegangen ich muss den händler wieder losschicken so im galopp nach hause ich würde noch ein paar lasen tot geschossen haben das gibt es doch nicht noch geld so achter tag das geld jawohl das ist gut den händler schicke ich wieder los jetzt kann ich hier noch mal einen bogen kaufen weil dann habe ich hinein ausgerüstet das war war ich weiß nicht ob ich spielte aber mal angegriffen werde von anderen soldaten ich weiß das leider nicht aber hier ist ja witzig nicht jetzt tag und reite ich dann weiter ist hier nicht mehr mein einfluss bereich aha okay überall wo tag ist ist halt mein ein schuss so wie hier ah da ist ein hase was ist tot da kommt man hinter wieder sehr schön das heißt das jetzt hier dann habe ich jetzt noch zwei mit dem hammer ich weiß das gar nicht da habe ich einem rumlaufen oder waren monster hier glaube ich oder das ist gut da kommen die zwei ok er macht den haben platt da kommt da kommt dann glaube ich habe nur ein einzig das heißt ich müsste noch mal neun bauen und zweiten habe ich jetzt ist es gut die waren kann ich glaube ich erst am anderen tag nehmen sehr schön ja es wird wohl gleich abgehen denke ich mal das wird hier wo gleich abgehen ich weiß echt nicht was passiert ich weiß einfach nicht was passiert so tag 9 so ich werde ihn sofort losschicken wieder und das passiert mir nämlich nicht dann werde ich noch mal ein dann werde ich noch mal ein ein sensemann vorbereiten sehr gut sehr gut ich möchte für soldaten hier immer größer und ich werde immer mächtiger ja ich habe zwei baumeister ich habe weiß nicht wo die darum eiern da kommt der erste der zweite müsste auch noch leicht kommen also ich habe zwei zwei baumeister gehabt oder sterben die mal im laufe der zeit ich habe keine ahnung sehr interessant sehr interessant sehr interessant ok das habe ich jetzt eben erschlossen da kommt der händler wieder das kann ich jetzt nicht ausbauen ja gut hier ist nicht mein einflussbereich deswegen ist es dunkel hier ja ich würde mir einfach mal sagen dass ich jetzt hier die erste runde beenden werde ich hoffe dass ich dass es euch gefallen hat und ich bin gespannt wie es weiter geht im übrigen bekomme ich morgen dragon quest 11 und wenn das morgen da ist mache ich sofort auch noch ein paar runden auf jeden fall ich möchte gerne mal wissen wie es hier weiter geht bis zum nächsten mal auf bald エ trước bis zum nächsten mal Vielen Dank.